Mein Name ist Harald Huber oder Harry Huber, sagen die meisten zu mir. Ich bin schon längere Zeit aktiv Torwarttrainer, überwiegend im Jugendbereich, aber auch bis zum Herrenbereich, Regionalliga Bayern. Ich bin Torwarttrainer beim NLZ, 1860 München. Es geht also wirklich nur überwiegend um die Basics, um die ganzen Grundstellungen, um die Bewegung nach vorne, wie gehe ich richtig seitlich zum Ball, zum flachen Ball, zum hohen Ball. Für mich ist eigentlich immer nur entscheidend, der technische Ablauf beim Torwart muss halt von der Ticke auf oder von der Basis aus gut erlernt werden. Und da soll es eigentlich so ein grober Leitfaden sein, wo man sagt, okay, wo kann man vielleicht ansetzen, was meine Torhüter zu Hause falsch machen. Untertitelung des ZDF, 2020